okay oh wunder eine zwischensequenz das ist das denn Und du bist? Ich bin I.F. Prototype LQ-84I. I.F. Prototype? Prototype Interface. All Autonomous UGs feature High-Level On-Board Artificial Intelligence. An additional Prototype Interface enables Verbal Communication. Ich habe ein Intellect far beyond Human Reckoning. Du sagst nicht. Okay, dann. Was ist das Sinn des Lebens? Warum sind wir hier? Ich bin hier, um dich zu töten. Hört sich nicht so gut an. Das ist das? Ein ganz einfaches Gedanken für so ein intelligenter Intellekt. Ich kann Analyze Orders, aber ich kann sie nicht. Wenn ich eine Direkt-Order verabschiede, meine Erinnerung wird verabschiedet. Ich muss dich verabschiedern. Was ist ein Intellekt, wenn du ihn nicht benutzt hast? Dein Taunting ist sinnvoll. Exterminate! Wo er recht hat. Na super. Plate Wall. Okay. Boah. Boah. Ach nö. Alleine ist er leicht zu besiegen, glaube ich. Aber mit so Nerv-Tötenden. Ups. Falter Knopf. Cool. Worsuche genug ist es nicht. Didier sagt, dass ich ein Zeug nicht geschehen? Ach nö. Du hast dich nicht so gut gelebt. Ich bin ich jetzt in der Schnee. Wie ist das? Aufmerksamkeit ist mein Liebkopf. Wants nach dem Gehirn stellen. Jetzt wird er wild. Du wirst. Du wirst her. Wierst. Jetzt holt er wieder seine Kumpel. Oh nein. Oh nein. Ich hab jetzt mit was anderem gerechnet. Aber was soll's. Ich weiß mittlerweile, wie ich euch kriege. Jawoll. Die Musik ist übrigens auch ziemlich geil. Ich hoffe, die kann ich ohne Probleme bei YouTube hochladen. Weil hier geht's ja nicht wirklich um die Musik. Aber die ist schon geil. Kann man nix sagen. Hallo? Oh man, oh man, oh man, oh man, oh man. Verpiss dich. Das war's für dich, mein Freund. Oh man, oh man, oh man, oh man, oh man. So sieht's aus. So, wir haben den Kontrollpunkt erreicht. Oh, da ist was rausgepurzelt. Jawoll, zum, ähm, ja zum Heilen. So. Gucken wir uns ein bisschen um hier. Ach nee, was machst du denn für einer? explodieren da ist nur auch nichts mehr übrig ja ich glaube an dieser Stelle ich hoffe man kann hier abspeichern oder nein wir gucken uns erst noch hier diese die anderen Kontakte an was war mit dem Wolf-Dog-UG? ein ziemlich freaky Sch*** ich habe nicht zu viel über das wirklich? ich frage mich, warum gibt es Intelligenz wenn du es nicht für sich denken lassen eine gute Frage ich meine, ich glaube es macht Sinn, wenn es die Combat-Performance verbessert jetzt, dass du es erwähnt hast es war nicht so wie dein typischer UG es fühlte sich eher als ob ich gegen einen Cyborg oh ich glaube die Addedans machten für einen schwersten nachher das ist nicht das was ich meine es war nicht wirklich schwer als dein average UG es war mehr so wie es ich weiß nicht es ist es war nicht 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 ein Prototypen aber dann warum hat es auf die Frontline wer weiß vielleicht war es die Field Test in any case probably not the result they were hoping for was hat uns courtney noch zu sagen how we doing courtney you're looking good on our end gps and audiovisual feed coming in fine energy consumption check damage levels check blood pressure brainwaves blood sugar check 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 all this monitoring equipment i got a better view than if i was standing right next to you anyway i'll be saving all your data automatically anytime something important happens in the field but contact me anytime you want a manual save copy that good to hear that hasn't changed with this new body yeah the basic system is exactly the same so did you want to save ja wir wollen speichern warum nicht copy i'm glad to hear you're okay after africa der ambush was no joke tell me about it three armored vehicles should have been plenty for that job and it would have been against any typical gorilla force i keep asking myself where would an anti and money faction get the cash to hire cyborgs it just doesn't add up maybe there's some intel i missed a lead i should have followed up on maybe if i reacted faster coordinated better i don't know you can't think that way courtney not in this business you did everything you could put it behind you and move on you're right thanks so ah bei courtney können wir also abspeichern das ist ja schon mal schön weil es ist hier doktor titan shall we review the capabilities of your new body copy that go ahead doc as we discussed you've been outfitted with two revolutionary new abilities fuel electrolyte absorption and self-repair from sea's nanopaste precisely first electrolyte absorption this is simplicity itself as your hf blade is linked directly to your fuel cells simply cut into any source of electrolytes say a hostile cyborg made up of cnt muscle fiber and your fuel cells will recharge on their own rather elegant wouldn't you say i would indeed it's been great so far but ah the repair process is a bit more involved a bit more uh messy you might say most military cyborg models store a cache of biotic self-repair nanopaste in their lower abdomen so i need to slice them open and use zandatsu to extract it cut and take in other words correct once extracted you need only to crush this unit in your hand to absorb the repairing agent inside keep in mind it is extremely delicate if the unit should hit the ground some paste will surely leak out it will still repair your body but less so than if you can retrieve it directly before your foe falls over basically harvest their organs before their body can even hit the ground rather gruesome i realize but then you americans enjoy a bit of gore don't you i may be a citizen but i've never really thought of myself as american oh well yes i suppose i could understand that even your history but what then surely you don't identify as a liberian i don't identify with anyone no nation no ethnic group i'm my own man anyway i seem to recall those gory torture porn movies were pretty popular in germany too indeed indeed these splatter films are big in germany russia japan everywhere well everywhere except reasons afflicted by actual warfare it all has to do with taming our fears you know huh the desire to feel fear to taste death but from a safe distance these films allows the viewer to delude themselves into thinking they have overcome their fears this okay okay doc i got the gist let's save the full psyche lecture for some other time though huh okay anpassen und wie a mission is eigentlich egal anpassen gucken wir mal rein anpassung starten wenn sie die anpassung beenden werden gesehen was das machen wir nicht boris hören wir uns boris noch mal an wenn ich da was neues zu sagen da gucken wir noch mal rein das dog ug most unusual yes you buy all that about it being sentient but having no choice well there is not evidence to prove it it could be program to say this to weaken your will to fight it'll take more than a talking robot to face me when again there is not evidence it is not true considering the pace is advancing it is not impossible so what then should i have spirit it i did not say this in any case the mission takes priority above all else this dog ug tried to stop you and it failed this can only be a good thing yes okay boris hat nicht so viel zu sagen dann würde ich sagen sehen wir uns im nächsten part wieder denn in dieser aufnahme session ist vorbei da kann ich mich vernünftig von euch verabschieden ich hoffe es hat euch spaß gemacht euch gefällt es bisher also mir macht riesig spaß das spiel ist hat unglaublich ja so ein ganz gewissen stil der eigentlich total simpel ist aber trotzdem zu gefallen weil es gerade auch wegen der geschichte und den zwischen sequenzen es gibt halt viel story auch wenn man immer wieder in die gespräche mit rein hört auch hier haben wir sogar ein raketenwerfer ist ja auch mal nett nehmen wir natürlich mit so dann speicher ich gleich nochmal beim doktor und dann sag ich schon mal rin gehauen und auf wiedersehen